Yo, zurück bei Family Guy. Und wir können ja jetzt weitergehen, nachdem wir ja beim letzten Mal erst die Schleuse zu hatten, dann wieder auf und jetzt wieder... Ne, dann war sie ja zu, dann war sie wieder auf. Och Gottchen. Erstmal, nein, erst das Geld einsammeln und dann die Gegner töten. Das macht denen gar nichts, achso. Ich habe schon gedacht, die könnte vielleicht so ein bisschen Strom auch aufhalten, ne? Wie komme ich da bloß drauf? Was ist denn hier noch für eine Waffe freigeschalten worden? Attribute haben wir, nix. Okay, ich dachte vielleicht was Neues. Gefrierstrahl. Wundert mich das jetzt? Äh, eigentlich nicht. Ähm, da ist er. Ach, ich kann die dann schlagen wahrscheinlich, ne? Nö, bringt gar nichts. Achso, ich muss weiterhin draufhalten und dann zerfallen die auch noch. Nö. Die Waffe. Meg, äh. Teddy. Finde alle Ruperts. Ne, da machen wir uns jetzt nicht auch noch auf die Suche nach. Öh, habt ihr das gesehen? Der hat gerade einen Sniper-Schuss ausgehalten. Angestellter des Monats. Alter. Oh mein Gott. Hier geht's aber auch ab, oder? Raketen. Raketen. Wahrscheinlich. Ja, die kleinen asiatischen Jungs, die das bauen müssen. Voll assi. Hahaha. Ja, ist okay. Genug Kamerafahrten. Können wir dann... Könnt ihr die immer bitte nicht so viel aushalten? Danke sehr. Ich ist überall Leben, Mama. Ah, okay, die Raketen explodieren auch. Schade, dass jetzt hier die Tische nicht kaputt gehen, weil die mehr im Weg stehen, als irgendwie von Nutzen sind. Was schlägst du mich, Junge? Ähm. Keine Medikits, das ist hart. Ach, komm, dann hier. Was ihr könnt, kann ich auch. So, und dann holen wir uns noch einfach ein Geschütz. Das ist so krank. Aber das ist cool irgendwie. Irgendwie gefällt mir die Spielmechanik hier. Auch wenn ich sagen muss, dass es natürlich jetzt nicht wirklich anspruchsvoll ist, weil es halt einfach schießen ist. Mehr ist es halt echt nicht. Aber es ist halt unterhaltsam. Ich meine, ich würde das jetzt hier auch nicht irgendwie... Irgendwie... Ah, hier geht's drauf. Ich würde das jetzt hier auch nicht irgendwie 100 Parts lang machen wollen oder so. Das wäre auch langweilig. Aber ich habe gesehen, das Spiel geht halt nicht so wirklich lange. Also, warum nicht? Hä? Okay, jetzt haben wir... Geschenke! Geschenke! Natürlich! Kommt alle her! Okay. Ha! Haben wir noch mitgenommen? Oh, du willst einen Hint, oder? Oh, Mann. Ah! Guckt mal einer. Guckt mal einer an. Ja, kommt ruhig. Hier, häng auf das. Ryan, wir müssen alle diese finden. Ich bin der einzige, der einen Rupert haben kann. Oh, das ist hart gerade. Ich habe auch nichts, was mich heilt. Nur hier die... Medikits, aber sonst... Also, Medikits sind das ja nicht mal. Oh, wahrscheinlich. Na, geht doch da rauf. Gott, wie kommen denn hier von diesen Gnom... Gnomen, Kobolden... Was vielleicht viel wichtiger ist... Wie komme ich da rüber? Ah, scheiße. Ich verliere eindeutig viel zu viel Leben. Scheiße. Scheiße. Komm ich... Ah! Cool. Ab geht da, Peter. Oh, jetzt muss ich hier drauf, oder was? Wieder diese Jump-and-Run-Einlagen hier. Direkt einfach so. Ah, scheiße. Ah, die gehen auch direkt rauf, oder was? Das ist schön. Die spawnen da. Und ich gehe einfach weiter. Geld. Geld ist echt... Nicht wirklich wenig. Rupert. Okay. Ah, noch so'n dicker. Yo, okay. Also, jetzt hat er aber ein bisschen ausgehalten. Wie sieht's denn aus? Was haltet ihr denn an Feuer aus? Immer noch viel zu viel. Ah, scheiße. Hier, kotzt ne Runde, du fetter Sack. Was muss ich denn machen? Ah, scheiße. Ah, okay. Hier komme ich doch wohl nicht lang, wegen der heißen Luft. Wie soll ich denn dann da rüberkommen? Ich will jetzt nicht hier ganz runterfallen. Nein! Oh Gott. Nein, was tue ich? Was tue ich? Oh mein Gott. Ich springe unkontrolliert. Das ist unglaublich. Ah, da war ein Bär. Egal. Scheiß auf die Bären. Viel wichtiger ist, dass wir hier den Scheiter da betätigt kriegen. Oh nein, nicht wieder sowas. Wo die hier andauernd spawnen und dann meinen, sie müssen explodieren. Hört auf damit. Das macht ja gar nichts. Dieses Kackteil. Das ist mein Reifel. Das ist mein Schuss. Das ist für fighten. Das ist für fun. Okay. Haben wir es dann jetzt. Wie soll ich das denn machen? Ach, die sind zeitmäßig ab. Also die sind. Okay. Die sind nicht die ganze Zeit so. Nein! Nein! Man! Wenigstens tot, ey. Bitte lass mich jetzt wieder oben spawnen. Ah, gut. Ah, das ist ja ekelhaft. Jetzt muss ich nochmal den Aufzug rufen. Da ist ein Rupert. Sollen wir den mal holen? Okay. Fünf von acht Ruperts. Okay. Das wird ekelhaft jetzt. Ich muss hier stehen bleiben, bis das dann aufhört. Ha! Geschafft! Hier ist noch ein Kalender. Den nehmen wir auch noch mit. Jawoll! Müssen wir denn jetzt hin? Ah, da drüben, ans andere Ende. Okay. Jo, ist gut mit deinen komischen Raketen hier. Einen Christmas Bombs. Aus dem Weg, die spornenden Idioten. Boah, krass. Wie viele Gegner hier jetzt kommen. Okay. Den hätten wir. Ah, dicker. Das brauche ich. So. Hey, der ist nicht draufgegangen. Geh drauf jetzt. Ah, scheiße. Noch einer. Also ich muss sagen, diese Großen gehen mir ein bisschen auf den Sack. Die halten mir ein bisschen zu viel aus. Aber gut, ich muss dazu auch sagen. What? Okay. Ich muss aber auch dazu sagen, wäre ja auch doof, wenn die halt dann jetzt immer noch so wenig aushalten wie am Anfang. Aber im Grunde, scheiße. Im Grunde gibt es die ganze Zeit die gleichen Gegnerarten, ne? Nur halt anders aussehen. Das finde ich auch ein bisschen sparend. Ja, sparend möchte ich mal dazu sagen. Attribute. Kommt wohl nix mehr dazu. Muss ich mich endlich mit abfinden. Waffen ist auch nix. Kostüme. Können wir nix holen. Gegenstände. Holen wir mal Gesundheitspakete. Schachtel Rupert hätte ich auch gern nochmal. Joe holen wir uns auch. Ich meine, wir haben mittlerweile so viel Geld. Und die Kostüme können wir eh nur holen, wenn wir die Herausforderungen dafür abschließen. Da wir das ja eigentlich im Großteil nicht machen. Wie kommen wir denn da hin? Könnten da rüberhüpfen. Aber ich sehe jetzt nicht ein, das zu riskieren. Das kann ich ja irgendwie mal in einem, äh, in einem privaten Spiel machen. Well, looks like you found me, huh, boys? And yeah, so what? I make weapons now. They'll judge me. It's a tough economy. You try being in the toy business. Anyway, I'm a bad guy now, so I'm gonna have to kill you. Merry Christmas, dicks. Alright, now you've got to kill Santa for all that stupid abuse and shit. Töten, wahrscheinlich. Erstmal holen wir hier das Geld weg. Da ist auch noch ein Kalender, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist so einer von denen, die wir suchen. Gerade mal sieben Stück, ey, das ist unglaublich. Okay. Ist der Weihnachtsmann jetzt der Endboss, ja? Doch, nicht, der ist einfach abgehauen. Madel. Doch, ist der Endboss. Ah, wo ist er? Habe ich dem überhaupt Schaden gemacht? High Five. Das bringt gar nichts. Doch. Ah, das hat den verletzt. Okay. Alter, der Typ ist ja wahnsinnig. Dumm. Ha. Ah, hier ist ein Muni, okay. Perfekt. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin ein Trottel. Ich glaube, ich werde mal den Kampf auf die nächste Folge verlagern. Und dann werde ich mal mit dem Raketenwerfer vorgehen. Vielleicht treffen wir damit mehr. Bis dahin und haut rein.